Hallo, mein Name ist Daniel Heinz. Ich bin Projektleiter beim Spiele-Ratgeber NRW. Wir testen und beurteilen digitale Spiele gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in pädagogisch betreuten Gruppen. Und die Ergebnisse von diesen Beurteilungen, wo wir natürlich auch kritische Aspekte beleuchten und natürlich auch eine Alterseinschätzung geben, die erscheinen dann auf unserer Online-Plattform und vom Land geförderten Plattform Spiele-Ratgeber NRW. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch ganz stark mit dem Thema Lootboxen und anderen Verbraucherschutz-Aspekten. Im ersten Teil dieser Videoreihe haben wir bereits einige Mechanismen kennengelernt. Zum Beispiel, dass es da Kissen gibt und die macht man auf und dann ist zufallsbestimmt, was da drin ist. Und das entspricht sozusagen diesen Lootboxen. Wir kennen das auch von anderen Dingen aus der analogen Welt. Überraschungseier, wo wir nicht wissen, was drin ist. Andererseits diese Panini-Sammelbildchen, die immer pünktlich zur WM verkauft werden. Da kann ich dann auch Glück haben. Da ist dann ein guter Spieler drin, den ich vielleicht in meinem Sammelalbum noch nicht habe oder den ich wertvoll irgendwo eintauschen kann. Oder es gibt irgendwelche Nieten, in Anführungszeichen. Doppelte Karten, dreifache Karten, vierfache Karten und so weiter und so fort. Oder beim Jahrmarkt mit den Losen. Ziehe ich einen Los, kann eine Niete drin sein oder ich kann einen riesen Blüsch-Teddy letztendlich gewinnen. Ja, und das Ganze wurde auf digitale Spiele übertragen und da gibt es unterschiedliche Spiele, die Lootboxen verschieden auch einbauen. In manchen Systemen sind nur optische Verschönerungen drin, manchmal aber auch spielrelevante Gegenstände. Also wo ich durch bestimmte Waffen oder andere Accessoires besonders mächtig werde oder wo ich mir eine bestimmte Spielzeit auch abkürzen kann. Was ja ein bisschen ironisch ist, eigentlich will ich ja möglichst lange spielen und es gab zum Beispiel schon Spiele, wo dann auf einmal ein Kapitel extrem in die Länge gezogen wurde und das kann ich mir dann durch Zukauf von Extras sozusagen dann abkürzen und kann also eine Abkürzung nehmen und das ist ja eigentlich entgegen des eigentlichen Spielanreizes, weil das Kapitel ist auch so langweilig, dass ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, das zu spielen. Ich will aber das Ende erleben und dann kann ich mit dem Kauf von solchen Lootboxen das letztendlich verkürzen. Also es funktioniert verschieden, um es nochmal zusammenzufassen. Lootbox ist nicht gleich Lootbox und da gilt es auch nochmal deutlich hinzuschauen, natürlich auch für Eltern. Ich werde oft gefragt, handelt es sich dabei um Glücksspiel oder eben nicht. Diese Frage wird von unterschiedlichen Personen, also Juristen zum Beispiel, auch unterschiedlich beantwortet. Das liegt daran, wir haben unterschiedliche Gesetzesgrundlagen. Wir haben auf der einen Seite den Glücksspielstaatsvertrag, auf der anderen Seite haben wir das Strafgesetz und in beiden ist das unterschiedlich definiert, unterschiedlich geregelt und je nachdem, wie man das Ganze auslegt, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Da muss man auf der einen Seite natürlich hinschauen, was ist da drin in den Lootboxen? Wie wichtig ist es, das zu kaufen? Hat das Ganze zum Beispiel Gegenwert? Werde ich immer wieder dazu aufgefordert, das zu tun? Wie ist das natürlich auch in der Jugendkultur verankert? Würde ich da noch mit reinnehmen, spielt jetzt gesetzlich allerdings weniger eine Rolle. Also ist es sozusagen Usus, dass sowas auch gekauft wird in der Community? Zum Beispiel im eigenen Freundeskreis, wenn da jeder zu Lootboxen greift, habe ich natürlich als Konsument dann auch das Gefühl, das machen zu müssen, weil ich mich sonst vielleicht abgehängt fühle oder weil ich sonst nicht qualitativ da so hoch oben mitspielen kann. Also spielt es jetzt für Eltern eine Rolle, ob es als Glücksspiel definiert ist oder nicht. Eher untergeordnet würde ich sagen, weil die glücksspielhaften Elemente sind auf jeden Fall vorhanden und da gilt es natürlich auch zu reagieren mit einer sinnvollen Medienerziehung. Hinsichtlich Lootboxen besteht natürlich die Frage, wie gehen wir zu Hause damit um? Da gibt es natürlich Erfahrungswerte, die wir als Spielratgeber gemacht haben. Natürlich kann man, wenn es der eigenen Haltung entspricht, auch ein Verbot von solchen Spielen aussprechen, sagen, nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass du solche Spiele spielst. Ja, das ist natürlich eine präventive Möglichkeit, aber bessere Erfahrungen haben wir meistens damit gemacht. Aber es muss natürlich auch zur Familie passen, wenn eine offene Medienerziehung stattfindet, wo sich Eltern für das Hobby der Kinder interessieren, wo sie sich damit auseinandersetzen, wo sie situative Regeln auch schaffen. Und was mir immer hilft, ist ein Blick in die eigene Vergangenheit. Wie war das für mich eigentlich als Kind? Und ich habe das immer in positiver Erinnerung gehabt, wenn sich meine Eltern auch für meine Hobbys interessiert haben und haben sich auch mal an mir gerieben, haben sich mit mir auseinandergesetzt und ich würde das auch allen Eltern gerne mit auf den Weg geben. Wie gehen wir jetzt mit solchen Taschengeld um? Bei meiner Tochter regt es mich zum Beispiel auch auf, wenn sie im Urlaub ihr Taschengeldbudget bekommt und sie geht in den ersten Kiosk rein und kauft sich dann so ein Fässchen Schleim oder so. Ja, total sinnlos. Und ich würde da auch gerne intervenieren und sagen, nein, nein, das kaufst du nicht. Du kaufst lieber das. Das ist pädagogisch wertvoll. Aber das ist natürlich ein Lerneffekt, den Kinder auch haben müssen, dass sowas auch nach einer Stunde wieder uninteressant ist oder dass sie so einen Denkanstoß erhalten. Ja, dieses Plastikteil, was ich mir gekauft habe, ist sofort kaputt gegangen. Vielleicht kaufe ich mir das nächste Mal irgendwas Höherwertigeres und spare mein Geld ein bisschen zusammen. Und genau das Gleiche muss natürlich auch beim Thema Lootboxen stattfinden. Ich empfehle meistens sowas wie ein Budget einzurichten, was das Kind auch für solche Spiele letztendlich ausgeben kann. Das ist dann limitiert und das ist dann nochmal getrennt zu sehen vom Taschengeld. Während Taschengeld für alles mögliche investiert werden kann, ist dieses bestimmte Budget nur für sogenannte In-Game, für solche In-Game-Käufe gedacht. Dann kann man zum Beispiel so eine Rubbelkarte kaufen an den Tankstellen oder im Supermarkt und dann gibt man das im Spiel ein und dann kann das Kind dann frei überlegen, ob es das verwendet oder ob es das nicht verwendet. Aber wenn das Budget aufgebraucht ist, dann ist es auch vorbei. Das hat folgenden Lerneffekt. Und zwar, dass die Kinder sich ernst genommen fühlen, dass sie es nicht hinterm Rücken von den Eltern machen müssen, dass sie lernen auch mit Geld zu Hause halten. Auch das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die man da aufbauen muss. Und letztendlich, dass sie auch hinterfragen, ist das jetzt nützlich, ist das jetzt nicht nützlich, hebe ich mein Budget lieber auf für andere Dinge, kaufe ich mir jetzt jedes x-beliebige Kostüm und da kann man natürlich Kinder hinführen. Weil das Ziel von Erziehung sollte natürlich sein, dass sie mit 18 oder ich weiß nicht in welchem Alter das Haus verlassen und haben dann diese Kompetenzen natürlich für ihr eigenes Leben gelernt. Wenn man Kinder bis zum 18. Lebensjahr oder Jugendliche dann schützt und verbietet immer alles rigoros, wo sollen sie denn dann die Kompetenzen aufbauen, letztendlich damit umzugehen? Und ja, Learning by Doing, sage ich immer, da kann auch mal viel Schrott gekauft werden, aber das gehört irgendwie auch zur Entwicklungsphase dazu. Wenn wir unser eigenes Leben mal betrachten, wie viel Schrott wir in der Jugend gekauft haben, was dann irgendwann weggeschmissen wurde. Eltern fragen natürlich auch immer wieder, wie schaut es aus? Wie hoch könnte so ein Budget aussehen? Und das ist das Problematische an der Pädagogik, dass es einfache Antworten nicht gibt. Ich sage jetzt 5 Euro im Monat und dann ist das Problem gegessen, weil es ist natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Und da muss man sich auch wirklich mit den Kindern oder mit den Jugendlichen nochmal auseinandersetzen. Muss sich das Spiel selbst auch nochmal anschauen oder man liest eine Beurteilung auf dem Spielereitgeber und prüft einfach mal, welche Kosten können da entstehen oder was für ein Betrag ist dann letztendlich auch sinnvoll. Man muss natürlich auch bei manchen Spielen betrachten, die sind dann sogenannt free to play. Also ich kann die kostenlos herunterladen und dann ist es ja im Umkehrschluss eigentlich auch ganz in Ordnung, wenn dafür ein paar Euro dann investiert werden, weil die Spieleentwickler wollen ja letztendlich auch bedienen. Aber wie gesagt, das muss ich dann immer im Rahmen halten. Als Startwert würde ich jetzt sagen, 5 Euro ist ja mal ein guter Anfang. Dann kann man mal so ein bisschen ausprobieren. Ja und irgendwann mal muss man immer wieder in die Verhandlungen mit den Jugendlichen gehen. Und ich würde auch solche Mikrotransaktionen auch erst wahrscheinlich ab dem Alter von 12 Jahren mit den Jugendlichen vereinbaren. Vorher findet Erziehung statt, ab dem Jugendalter beginnt das Verhandeln. Und ja, da müssen natürlich Jugendliche auch lernen, mit ihren Ressourcen eigenverantwortlich umzugehen. Es stellt sich natürlich die Frage, dürfen das Kinder überhaupt? Weil eigentlich sind die ja Minderjährigen noch gar nicht geschäftsfähig. Aber da gibt es den sogenannten Taschengeldparagraf. Der heißt so, weil er definiert, dass Kinder Kleingeldbeträge doch investieren dürfen. War so gedacht, wir nehmen mal das Beispiel, Kind hat total viel Hunger, will sich gerne ein Brötchen kaufen. Dann muss der Bäcker ja theoretisch sagen, nein, du bist doch nicht geschäftsfähig, kann dir kein Essen geben. Kann dir es jedenfalls nicht verkaufen, könnte dir höchstens das Brötchen schenken. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, ja, wenn Kinder oder Jugendliche sich das theoretisch von ihrem Taschengeld bestreiten könnten, diese Einkäufe, dann dürfen sie die doch machen. Und viele von diesen Mikrotransaktionen sind deshalb auch so niedrig und kosten teilweise 99 Cent oder mal 2,99 Euro, weil da davon auszugehen ist, dass es Kinder auch von ihrem Taschengeld kaufen können. Wenn sich das jetzt allerdings hochsummiert, wenn dann auf einmal 100 Euro da steht, weil man 100 Mal diesen Kauf durchgeführt hat, dann wird es natürlich wieder zum Problem. Und an der Situation sind wir momentan. Mehr Tipps finden sich auf dem Spiele-Ratgeber NRW, dort natürlich in den einzelnen Spielebeurteilungen. Aber wir können auch gerne kontaktiert werden bei Spezialfragen, Erziehungsproblemen oder wenn man einfach unsicher ist, gerne eine E-Mail schreiben. Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite. Wenn wirklich was passiert ist, was einem Spanisch vorkommt, zum Beispiel 100 Euro Betrag auf der Telefonrechnung oder Verträge flattern ins Haus, die das Kind abgeschlossen hat, dann natürlich bei der Verbraucherzentrale darüber informieren, ob man wirklich verpflichtet ist, das Geld zu zahlen oder ob man mögliche Rückforderungsansprüche stellen kann. Und weiterhin sprechen Sie mit Ihrem Kind. Hallo, mein Name ist Daniel Heinz. Ich bin professioneller Spieleverderber. Ich habe mich verhört.